ja müsste eigentlich immer noch eine sein das ist glaube ich ist das nasen ist keine ja aber die müssten sich auch mal ein bisschen vermehren ja die vermehren sich ja auch nur wenn man dann schlage das männchen und weibchen gibt es das ist da glaube ich dass also dass du da glaube ich egal aber ich spiele das ja zwischendurch halt noch auf dem pc und bau da ja nur ein bisschen das unternehme ich im prinzip eigentlich ziemlich jede nacht mit was das schlafen angeht und diese hasen die vermehren sich so langsam das ist unglaublich ich kann leider nicht umstellen also ich bin glaube ich in game am pc bei tag 49 und ich glaube da hat sich glaube ich ein hasen vermehrt in der zeit also wir sind jetzt glaube ich bei 13 oder so 13 14 irgendwie so ein dreh rum ich meine das kann man kann das spiel aber auch relativ schnell durchspielen wenn man weiß wo die sachen sind kann man ja momentan habe ich noch kein adresse dran ich muss sagen ich habe selbst noch nie durchgespielt bei mich eigentlich das bauen eigentlich mehr immer ja eben mal wo gerade sagen wir können ja das geht auch das bauen mehr bei solchen spielen ich mache da momentan auch können nur anschalten dass irgendwie durchzuspielen obwohl ich in sachen bauen auf dem pc sogar rust noch besser fand okay rust a r us t muss nur auf youtube suchen ok es ist auch so was wie hier mit mit ballern und so gut auf einer insel bist aber da kann es halt auch eine basis aus allen möglichen teilen zusammen basteln da gibt es leute die bauen sich dann in allen möglichen fallen und so können die da bauen und so ist es so sagt mir jetzt vom namen gar nichts einfach mal auf youtube gucken r us t rust das ist die höhle wo vorhin meinte dass da drunter drin waren und nicht weiter kam ich überlege gerade was da ist gar nicht was da drin ist da war auf jeden fall so ein großes ding drin die wir dann aber gekillt haben irgendwann es hat sich irgendwas habe ich angeschlichen hat einer von euch ja ich merke es gerade ich habe aber keine ausdauer ich kann nichts machen das war jetzt auch wieder so ein echter aber ein richtiger ich habe immer irgendwas neben mir gehört so rascheln hat einer von euch noch ein zwei alkohol dann würde ich noch ein paar brandpfeile bauen im schrank müssen in der wohnung ich habe meinen schon für monotos verbraucht sorry da ein alkohol war da jetzt mal drin habe ich jetzt mal rausgenommen dann ich habe aber das ist fünfer weiter ich setze mal rein ich komme sofort kann man sie eigentlich auch verkuckeln ja klar kann man die verkuckeln muss aufs feuer lösen du kannst glaube ich auch ein stoff um eine axt legen und dann die axt anzünden und reinhauen dann können die auch an jetzt hier irgendwo super danke dann brauche ich dann noch mal wir beide flaschen direkt ich habe das nur gehört habe ich umgedreht um zu gucken wo du bist ich war eigentlich nur entspannt oben am bauen und abholzen und ich hatte nur so rascheln neben mir gehört im schrank im gras und ich dachte mir okay das ist einer von euch dann habe ich mich immer erschrocken von das ist genau das meine ich ich bin schreckhaft da hinten läuft irgendwas großes wo hinten auf der rechten seite irgendwo und dann sammeln wir mal eben die knochen hier ein dass sie gleich weg sind ob ihr irgendwo knochenbehälter ja und dann unten so einer sein da sind die denn jetzt noch da oder sind jetzt wieder weg ich weiß nicht wie lange halten eigentlich diese selbstgemachten waffen ich glaube die gehen nicht kaputt ok ich habe euch da gerade mal das feuer was geworfen als junger hat momentan ich habe mich mal bedient ja macht was dafür sind die sachen da kein wasser in unseren tröden irgendwo ruft gerade irgendwie war da was wir haben auch keinen topf ich habe auch einen topf ich habe auch einen topf der gruppe ist angerannt ich glaube hinter sabrina ist es ja wieder so wieder so ein renner oh gott das sind viele Hilfe der war doch auch der Drecksack die mongen mich die mongen mich hier Hilfe der kondini rittete mich hier ich sehe mich da oh ich bin down ja der eine ist im wasser hier genau davor ich bin tot ja ich bin sofort da ich stehe neben dir moment nee ich bin schon tot so schnell ja krass ich wollte gerade auf x drücken finden naja hast du auf x gedrückt ja ja das hättest du nicht jetzt warten müssen deswegen bist du ich dachte nein ich dachte das ist das ist hier für die annahme vom vom weißt du halt ich hab du hast gesagt hier ich bin sofort da oder stehe neben dir und dann habe ich gedacht das ist jetzt zum annehmen von ach so ok nee ich musste eben noch den einen typen platt machen der neben dir stande was aber es gibt ja so spiele da wenn jemand dich reviven will dann musst du doch das annehmen dass der das naja wir haben aber auch noch neben uns rechts zwei ich komme jetzt wieder hin und dann hole ich mir einfach mein zeug wieder ich versuche den einmal zu schaffen ich weiß ich brauche feile ich gehe mal ich flüchte mal ins wasser ich bin ja mal gespannt wie weit der weg ist bis zu euch wieder du gibst dich stolz ich fühl doch mal auf den anderen du musst dich glauben hier ja ich will nicht auf den anderen die rüsten ich will nur dem feuerchen der eine ist hinüber aber das werden wir glaube ich auch nicht an die rüstung kommen ne ne da kommen wir nicht ran da kann man denn da rausholen zweiter auch tot jetzt sind doch irgendwo babys ich hatte es mitbekommen ich habe sie gerade noch schreien hören ja ich habe diese das wasser dann aber auch mit rietze mama hier an die einander rüstung kommt man dran wenn man sie auf den kleinen stein stellt so und 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 Da kommt wieder der Nächste von den Kleinen. Die sind so gold, wie schön. Du musst hier gerade mal ausweichen, ich habe nämlich hier gerade einen Multifister und eine Frau. Alter! Du wachst, versuchst du mich an zu springen, du wachst, 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 du wachst. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Sohne. 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 Wo bist du denn? Ja, der macht hier, weiß ich nicht, der versucht ein Schwindelig zu laufen. Und schon wieder down, ey. Mann, Mann. Oh ja, warte, warte. Ja. Ja, ich hätte glaube ich was essen sollen. Das ist ja nicht so, dass genug da ist. Ja, ich geh mal runter und ess erstmal was. Ja. Ich höre schon wieder so, Leute. Oder? Hm. Wohoho, der war wütend. Bing, bing, bing. Ich habe gerade wieder irgendwas rumschreien hören. Was groß ist, oder? Es hört sich groß an. Wo bist du denn? Es kam irgendwie was links von mir. Richtung Dorf. Also praktisch hinter unserem Haus, in dem Wald, da war so ein Multifister und so eine Gebärende unterwegs. Okay. Ja, ich habe gerade auch was gehört. Und war eigentlich schon ein Wagen hier? Ich hole gerade. Dann warte ich eben bis bei mir vorbei, bis bevor ich hier den Baum fälle. Ja, ich setze mich hier nämlich. Oh, das ist ein Reh. Pass auf. Warum fällt? Kein Problem. Jetzt bin ich hier vorbei in dir. Okay. Hinter uns läuft wieder so zwei, wir werden beobachtet von zwei Leuten hinter dir, was auf Sabrina. Eine ist weg. Nein, habe ich getroffen. Ja, die Uchi sei versäßtig. Ich hab ja gar nicht getan. Ich hab ja gar nicht getan. Ich hab ja gar nicht getan. Ich soll das denn. Wo ist er? Die ist er? Die ist er von dem. Oh, ey. Jawoll. Was ist denn heute los? Die steckt man mit dem Kopf in den Sand, würde ich sagen. Mhm. Hier oben aber auch. Ne, ist hier nicht wahr. Was sind die? Oh, was ist das Reh jetzt hin? Super. In der Aufregung sind die Viecher natürlich verschwunden. Boah. Ich hasse das, ey. Erschreck mich allerdings immer nicht so, wie das Vieh. Bei mir ist wieder was. Ich hab eben festgestellt. Ich hab mal jemanden, der mich aufhebt. Schon wieder. Moment, wo bist du denn? Das ist mein Job. Ich bin bei dir. Ja, ich weiß auch nicht, was grad los ist, warum ich der nicht down gehe. Ich hab übrigens festgestellt, wenn man die Rehe mit dem Sperr macht, wenn man die anwirft, auf die Entfernung, dass die dann sofort niedergehen. Okay. Gut zu wissen. Da war auf jeden Fall wieder so ein... Ah, was ist das? Was ist denn hier denn? Was ist das denn jetzt hin? Ja, am Wasser. Hinter dir sozusagen. Da brauchen wir nämlich noch ein Rehfeld. Oh, Vorsicht, da kommt noch ein Gegner bei dir. Ja, einer. Ja. Ich will sogar meinen Sperr wieder finden. Da ist er. Ich wette, die kommen hier so viel, weil wir hier direkt am großen Loch sind. Ja, am Dorf. Das Dorf ist hier quasi ein bisschen rechts neben uns. So, da ist das Reh. Mist. Knapp verfehlt. Ja. Mist, knapp verfehlt. Wir sind da bei uns am See. Das hat überhaupt nicht reagiert. Da bin ich ja wohin und habe es weggesperrt. Wieso nennst du mich Vieh? Ich bin doch auch schreckhaft. Ich werde es nie wieder tun. Es tut mir sehr leid. Da bin ich ja keine Einfluss. Da ist der Gegner. Jawohl. Wie wir alle greifen, die Feine drauf hießen. Ich habe noch einen Sperr hinterher geworfen. Wo ist denn jetzt mein Sperr hin? da im wagen ich hab's ja schön da können wir die eine couch fertig machen leute wir haben zwei dicke an unserem steg oben die versicherungsvertreter sind wieder da die wollen über gott sprechen wer berühmt mich hier denn an hinter mir also irgendwas babys 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 wäre ich aber auch wenn ich mich angeschossen wenn ich eingeschossen werde er sah aus als dem kalt lebe ist unterwegs was essen ich habe keine kondition mehr keine ausdauer mehr gott zelungen auf flink woow hat es geklappt hat es geklappt jetzt kann die warum kann die hier stehen jawoll leute wir haben sie kommen wir wenigstens dran wir sind aber noch babys irgendwo schon die ja der andere große muss auch noch irgendwo sein der ist gerade zu haben die flüster rennt oben auf der wiese rum da hinten hier ist noch die ganzen baby ja ich höre auch hier bei mir eins aber ich sehe es nicht ja hier sind mindestens drei oder so achtung genau da versuche jetzt den achtung da am unteren steg ist eins annie es ist ein echse kann man leicht verwechseln dann war dann war okay liegen gar nicht so viele baumstämme noch rum ungenutzt ja das war eigentlich erst der plan kam auf einmal was dazwischen da unten ist noch ein baby oder hier ist noch ein Hase hier liegt noch ein Mutant falls ihr die Rüstung nicht entnommen habt soll ich hier oben noch meine dynamitstange schmeißen kannst du machen wenn du möchtest aber kurz alles weg jetzt dann gehe ich ja wieder oberhalb von dem see die stange schmeißen der weg kann ich nicht ganz soweit ruhig bin ich die dynamit in der höhe da vorne wo bin ich weiter gekommen sind gerade theoretisch ja wir können aber noch mal gleich noch rein mit der nächsten folge wollen ja diese axt holen habe ich ja jetzt einfach weil ich diese folge schon gemacht habe ich weiß nicht von welcher folge du bist ins zweiten fände der zweiten jetzt ich mache jetzt gerade mal kurz den speicherpunkt und 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 Vielen Dank.